yo 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 rang acht bei benji mal gucken was er für mich hat hoffentlich wieder was schönes abzeichen oder so welchen sehr zufrieden mit feldtests waffen durchgeboxt benschen gibt mir den scheiß ja ich habe mich ganz spät rum was treibt mich später so jetzt mal direkt direkt gucken was ich denn so kriege ja okay das nächste mal so dass man direkt meinem abstecken wie es nur so aussieht also einmal habe ich hier den raketenwerfen richtigen die so russie jlb 42 ja gut gibt es nicht viel zu sagen eigentlich habe ich ja nicht nur einmal sondern mehrmals gesehen hat hier naja so jetzt kann man zum wichtigen die abzeichen hier da geht so eine text mechaniker okay so sieht es aus besser als nix aber das andere finde ich viel cooler das habe ich mir dran 8 bekommen oder sieben weiß ich genau na gut das war jetzt wenn ich mir dran 8 wenn ich war an acht wenn sie rang 9 mit dem titan so ich bin schon verpeilt hier zu viel videos gemacht ja mir wollte ich zeigen und ob es lohnt oder nicht diese welt feldswaffen durch zu boxen müsste selber entscheiden aber ich mache es aufgrund der abzeichen und ich hoffe dass ich auch mal rang 25 werde und dann richtig geil gut bekomme oder eine gute quest für was gut ist ich bin mal gespannt so danke fürs zuschauen erstmal schnapp 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 Vielen Dank.